Kein Blabla. Zehn Fragen. Nix sagen. Mit Declan J. Donovan. Wie fühlst du dich, wenn du live auf der Bühne stehst? Deine Reaktion, wenn du einen deiner Songs im Radio hörst. Du schaust ja super gerne Romantik-Komödien, wenn du nur noch einen Film schauen dürftest. Welcher wäre das? Love, Rosie oder Notting Hill? Wenn du dich entscheiden müsstest, lieber singen oder lieber Songs schreiben? Was singst du lieber, Balladen oder Dance-Songs? Wie viele Gitarren hast du zu Hause? Englischer Tee. Yay or nay? Was ist dein bester Dance-Move? Und dein miesester Dance-Move? Vor dir steht eine Delegation Außerirdischer. Mit welcher Geste heißt du sie willkommen? Entspartierて gesprochen Har Tips-Move? Speaker 4, 21 июня Hareсть.